Auf geht's! 18.30 Uhr in Berlin, 23. Zentimeter Wasserbetriebe, 5x5.000 Meter Teamstaffel. Viel Spaß, liebe Mitglieder! Die erste Relle ist gestartet. Mit dem rechten Fuss auf den Bodenstamm fährt. Gleich geht es auch für euch. Los, die zweite Relle. Kurz, gleich gestartet, 5.000 Meter. Bis zur Wechselzone und dann 1.70 Uhr starten. Sauber überlegt sich, zweite Relle. Alles gestartet, viel Spaß, liebe Mitglieder. Auf geht's ja! Auf geht's! 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 Vielen Dank.